Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Albion Online mit mir und den MacManias mit den Krabs und mit der Julia. Hallo. Mit dem Mia hast du mal generell den Esel komplett erst genannt. Ich komme erst mal als erstes hier. Dann mit dem Krabs gerade schon kennengelernt. Weiß ich, wie man das ausspricht. Oh Gott. Krabs one, man, musst du sagen. Hallo. Einmal nochmal Hallo sagen, das passt schon. So, warte mal, wer steht jetzt hier rum? Ah, das ist Randy. Gib mal her jetzt. Ja, ja, tschuldigung, mein Gott sei Dank. Wir hatten das Paarse gemacht. Ungefähr fünf Minuten. Hier ist ein einziges T3-Baumwolle in der Zeit nachgewachsen. Aber das ist nicht gut. Randy, gib mir Eisen. Randy, gib mir Eisen. Chill dein Life, Mensch. Nee, komm, jetzt mach mal bitte, weil der kann ich schon mal loscraften. Deine Fresse, bist du ja im Auktionshaus drinnen, der nervt. Wie viel brauchst du? 31. Hast du noch ein bisschen T2-Holz? Ja. 20? Nee. 15? Du 20? Nein. Dann musst du noch drei Minuten warten, dann kannst du das auch kriegen. Wie viel T2-Holz hast du denn? Hab ich aktuell nur sieben. Ich war jetzt erst in der T3-Area zum Farm. Mein Gott. T2 will er auch noch haben. Ich will da noch warten und dann darf man hier das Füchslein ankennen. 31. 31. Wolltest du jetzt? Ja. Ja, gut. Trade. Das Spiel ist super, wenn ich das vorher ausgerüstet hätte. Füchzefix. 300 Silber bitte. Ich hab eine coole Schiebe. 300 Silber bitte. Wie 300 Silber. 300 Silber bitte. Willst du haben? Ja. Du hast wohl noch alle Latten am Zaun, weil du schiebst dir ein Arschlein-Scheißeisen. Jetzt kann halt nicht. Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Du hast jetzt am Markt quasi geguckt, wie viel das kostet. Ups, falscher Knopf. Und willst du das jetzt von mir haben? Nicht mal ansatzweise so viel, wie es auf dem Markt kosten würde. Oh nein, hier, komm, nimm, bevor du rummernst. Ich weiß doch, dass ich so krieg. Äh. Wird's ja. Dankeschön. Ich hab so eine coole Fähigkeit. Ich hatte das vorher nicht im Auge gehabt. Ähm. 400 Damage, äh, absorben. 5 Sekunden lang. Und Reflects, äh, 50% Physical Damage. Weißt du nicht genau, was das... Das heißt, wenn dich jemand schlecht, bekommst du nur die Hälfte Schaden. Die andere Hälfte bekommt er zurück. Ah, jetzt danach, okay. Ah, ja, das ist einmal frei, das wenn ich vorher gewusst hätte, ne? Das hätte mir viel gebracht. Ach, 3 Holz, das ist ja zum Heulen. Fehlend hier, oder was? Hm. Amor, so, was nehm ich denn hier? Restore oder Schöpfle? Äh, die ist 100 Damage. Ja, ich werd mir jetzt im Markt dann auch mal anschauen hier. Nee, du brauchst Silber, ansonsten kannst du gar nix machen. Sowas hab ich nicht, sowas besitze ich nicht. Silber, pff, was ist denn das? Bekommst du aber nur von, von T3 Gegnern, oder Silber? Hm, ne, bekommst du auch von T2 Gegnern. Ja. Okay. So arm sind wir nur auch nicht dran. Oh. Aber das ist halt immer wie hoch. Hm. Hm. Ich hab das dumpfe Gefühl, dass das so als Probenschütze nicht alles so einfach ist. Der macht zwar Schaden, aber kassiert auch echt viel. Hm, das ist das Problem bei den Fernkämpfern. Deswegen sind Magier eigentlich auch nicht immer von Anfang an zu empfehlen. Aber ich find's schön, dass der Magier gleichzeitig auch als Kleriker fungiert. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier oben kamen doch diese Banditen-Magier-Viecher-Gedöns-Dinger, oder? Ähm. Ach ja, okay. Ach so, so einen komischen Umhang wollte ich mir eigentlich wieder machen. Oh, das ist mein Gegner, lass mit dir einen. Ich will dir nur helfen, Lady Booth. Wie lange sein? Geh weg, ihr Freunde. Ich stürm den an, Stun-DNA, ey, geh weg. Den Umhang können wir uns gar nicht... Wo kann man sich den Umhang bauen? Äh, oben bei den Ledertypen. Ach so. Wo du auch die, den Bogen bauen kannst. Ah ja. Brauchst du die nur töten, oder brauchst du den Inhalt? Nee, ich will Silber sammeln. Ah, so okay. So ein bisschen Bedürfnis fahren. Ähm. Manche droppen was, manche nicht. Ja, ich bekomme aber auch nix, wenn du die killst. Doch, weil ich könnte sie auch nicht lösen. So. Dann muss ich ein paar dabei sein. Nein. Das ist ein Kunde. Okay. Ähm. Wo man den Bogen bauen kann, sagt Gott, ich glaube ja hier, Amor. Aber da kann man keinen Umhang bauen. Wieder Tools? Nee. Amor. Reapons, Amor, äh, furniture, also hier diese Trophies, und Vanity. Wo ist sie? Hä? Da wurden im Bogen? Na, eigentlich müsst ihr bei Amor mit sein, oder? Ähm. Ach. Boah, was erzählt, Blödsinn. Wo du die Taschen herstellen kannst. Ah. Dort kannst du dir auch die Capes herstellen. Ach Gott. Bei den Taschen. Und dann noch. Alles gut. Ach so, dann gehen wir jetzt schon den Taschen her. Das kann, der ist ganz cool. Das ist was. Genau. Cool. Ah, jetzt kann ich die T3-Achse verwenden. Interessant. Hä? Was macht eigentlich der Umhang? Ach so, den kann man auch bestücken, ne? Ja. Ja, außerdem ist da schon ein Logo drauf. Ah, ja. Stimmt. Da war er ja. Und jetzt, ähm, jetzt hat er noch keine Fähigkeit, aber der hält ein bisschen Schaden ab. Du bekommst dadurch ein bisschen weniger Schaden. Ah, super. Ja. Da gibt's ja keine Heiltrink oder sonst was. Ich hab wie gesagt schon mal geguckt, ob es aus in der Richtung gibt nichts. War halt nicht so aus, ne? Du schön fragen, ob die dich heilt. Mhm. Überleg grad, was ich jetzt brauch. Ja, Mana-Tränke und sowas wären halt auch nicht schlecht. Ja, aber dafür gibt's auch Fähigkeiten. Ja, ja, klar. Ach so, Holzmaß auf jeden Fall. Ja. Weil die Möglichkeit zu haben, selber mal so schnell zack, selber aufzahlen mit einem Heilbrang oder so. Das fehlt halt, ja. Auf jeden Fall hier zwei Heils. Weil ich kann selbst mit den T, äh, mit den T3, was ich jetzt an APC Gegner nacheinander angreifen und muss ich öffnen, das ist schon verwechsch. Mhm. Hält nicht aus. Ja, wir hätten so ein bisschen mehr machen können. So, da hat jemand grad geschrieben, by, man, which, bad. Also schlechter Sex mit nem Muffin? Hä? Hey. Ach nee, er fragt, ob Muffin schlechten Sex hatte. So ist das Spieler alles klar. Warum will er das wissen? Wollt ihr ihm besser was anbieten, oder was? Schau mal. Äh, 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 das wird mich jetzt mal grad interessieren. Hast du den hier unten gekillt? Müsst du mal aufpassen, wenn ihr jemanden, ähm... Soll der nicht extra Abstand bringt. Ne, den hat er nicht gekillt, warum er? Hlnd, oh, 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 oh. Srodana! Oh, es wird morgen, ähm... Wenn ihr, ähm, wie ich umbringt, dass Silbes sammelt, dann steht was von wegen Steuer. Da steht Tax da, da geht das an die Gilde? 100% wird automatisch abgezogen. Aber an was geht das Geld? An die Gilde? Nein, aber weiß ich nicht. Könnte auch sein. Weil an Spiel würde keinen Sinn machen. Nee, das... Außer noch Holz, die noch... Es könnte auch sein, dass du irgendwie, wenn du so ein Gebiet besitzt, sag ich mal, ja? Und jemand töte Tiere darauf, dass die Steuern dafür zahlen müssen, dass sie bei dir jagen. Ah, das könnte auch sein. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, aber ich hab keine Ahnung. An die Gilde wäre halt richtig geil. Ja. Stimmt. Auch ein bisschen an die Gilde. So. Wenn wir den Fuchs ausnehmen, der hat 32 Leder, ist ja unglaublich. Oha, wo hast du so einen Fuchs denn gefunden? Ja, der war komplett voll. Jo. Wenn die voll sind, haben die 32. Boah, ich muss 600 Wolle sammeln, das ist ja krass. Kannst du was abhaben, wenn du willst. Ich brauche nicht so viel Tier 2 Leder. Ich will's questen. Die muss das sammeln. Die Füchse, die ich hier hab, die geben immer nur so zwei. Hier steht auch ein Baum mit 16. Also ich muss halt 600 Fame mit Wolle sammeln. Also natürlich, wenn ich T3 sammle, wäre es natürlich geiler. Aber finde das halt hier erst mal, ne? Hallo, Mackie. Hallo. Hoi. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, noch ein Stück. Ah ne, scheiße, schlecht. Ja, jetzt in der... Wie viel Fame hab ich eigentlich? Bin ich schon Fame? Ja. Mhm. Wo steht... Kann man das hier wohl nachgucken? Oh, X, scheiße. Nee, ich hab keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Oh, blablabla, wotten. Der Stadt ist jetzt die Typen, oder ist er? Den Typen hab ich ja auch nicht gesehen. Wenn ihr einen Wolf seht, könnt ihr da mal sagen. Was ich halt sagen? Was ist bei dir, Jure, jetzt hier irgendwo? Ich habe über... Ich habe 1098 Fame. Und die Tode lügen übrigens, hier steht. Achso, nee, wie viele Spiele ich umgebracht habe. Ja, okay. Hier ist deiner. Danke. Boah. Überlegen. Hatte ich denn die gelbe... ...gelben Kotten gefunden gehabt? Hier. Hier war das... Oh, nice. Nachgewachsen. Wie viel? Oh, hell, wechseln. Eins gleich so viel. Du musst ja leider hier oben das klauen. Ja, ich dachte mir schon, dass du mir das jetzt klaust. Äh, das intro, was wir gerade nochmal machen können, mit Bedacht, hier in die Höhlerei gehen, weil da bin ich gerade, die Gegner sind nicht ganz so stark. Ah, okay. Aber ich bin auch zu schwach. Ich komme. Ja, ich komme auch. Ja, weil ich bräuchte ja wirklich hier, weil das... Sonst muss ich ja jeden anderen Rand sehen. Ich muss gucken, ob ich jetzt eben den besseren Bogen noch herstellen kann. Äh, und dann würde ich mitkommen. Mhm. Wölfe sind echt rar hier, ey. Da musst du weiter runter gehen. Beziehungsweise da an dem Weiher spawnt immer wieder einer. Ich bin jetzt kaputt. Ich hab schon den T2-Bogen. Ach so, ich bin ein Droll. Vielleicht wenigstens mal das Schwert in die Hand nehmen. Ja, ich bin gerade am spekulieren, was denn kaputt? Mein Zauberstab wollte irgendwie nicht automatisch angelegt werden, aus welchen Gründen auch immer. Okay. Obwohl ich Q gedrückt hatte. Ja, da wo halt die Wolle gerade war, die T3-Wolle, da tauchte immer wieder ein Wolf auf. Oh, okay. So, ab in die Höhle. Wir bräuchten Julia. Ja, Julia ist auch mit da. Sie darf mich gleich heilen. Ich muss erst den Respawn abwarten. In welcher Höhle seid ihr denn? In der hier, im Moment. Das war jetzt nicht gerade ein großer Hälter. Na gleich, wenn du links da, wo wir die ganze Zeit halt gelooten haben. Grabs, da in der Höhle da. Das ist ein Eis. Da, wo wir am Anfang waren, wo überhaupt niemand war. Also quasi nach Nordwesten raus. Ja, genau. Wie lange hast du Cooldown? Ähm, der Cooldown ist wieder vorbei. Der Cooldown ist... Oh, da sind zwei. Ja, ich schätze mal fünf, sechs Sekunden, sowas. Kann jemand dir... Kannst du die ranziehen? Nee, oder? Ranziehen kann ich nicht, aber ich greife einen an, du greifst einen anderen an. Der Cooldown kann ranziehen? Ja, aber der andere kriegt Agro. Also, und, und, naja... Ja, da geht einer auf den... Ich wollte gerade sagen. Nimmst du den Hexer, ich den Bogen. Ja, ich hab den hergepullt. Passt doch. Was? Was soll denn hier? Das hat funktioniert. Ha! Entschuldigung, das hab ich mir geklaut und nix und bekommte nix. War der ja schon weg. Ja, der hat nix gekroppt. Ach, Mann. Bist du drin? Jo, hier oben haben wir zwei. Gehst du auf den Bogenschützen, nicht auf den Hexer? Ja. Ja. War gerade falsch, dann, wie es jetzt nicht immer sei. Meiner ist tot. Ich seh euch noch nicht. Ja. Müsstest du uns gleich sehen. Links in der Weg sind wir. Oh, ich hab Fame bekommen. Oh, drei. Nicht gut. Dann müssen wir auf Grabs warten. Ich wollte mal schauen, ob ich einen pullen kann. Ah, da ist er schon. Ich bin auch was pullen. Ja. Ja, klassisch. Ja, jetzt müssen wir drauf. Wieso hat das nicht funktioniert? Geht du auf den Rechten? Ja, die, die ziehen aggro. Das ist... Ja, ich bin auf den Himmel anzugreifen. Ich weiß nicht wirklich, wie wo. Okay, nice, nice. Wenn wir so weitermachen. Gut, da oben geht's nicht weiter. Wohlbemerkt. So, da hab ich schon ihn geholt. Da wird noch nicht gerüstet. Wir müssen runter zu dem Boss. Ja, aber wir müssen langsam vortasten, würde ich sagen. Ja, da zusammenbleiben. Sorry, sorry. Ja, was willst du, hä? Da ist er. Boah, da unten ist wieder was. Vielleicht ein bisschen Abwechsel mit Looten oder so. Da ist der, wo gerade in Kommen. Inderakt, hi! Was, hi? Der hat's geschrieben, hi. Repair to die, irgendwie. Repair to die. Was ist? Ja. Nix. Hier ist der, die sind aber Skelette rum. Wissen Sie das? Hm. Oh, siehs. Hier sind Spieler verreckt. Das ist aber schon geloadet. Das war vielleicht der. Oh. Na gut, da war nicht viel los hier. Nö. Es ist halt die Frage, ob man den Gegner abwarten will und solange er noch hier so seine Runden dreht. Ja, gute Frage. Na gut, in der Zeit kann man sich natürlich ein bisschen besser ausrüsten auch, ne? Also, ihr wollt wieder rausgehen? Ja. Die Ries von Zeit ist ja hier. Aber ich bin ganz gut ausgerüstet jetzt, ja. Mit den Sachen, die ich genommen hab bei der Rüstung. Okay. Wir haben jetzt auf alle Fälle den exkluseren mit Exakt machen, so viel Stück fest. Ach, scheiß. Ries. Also, du sagst, äh, da, wo, äh, Julia, da, wo Dings war. Ja, da taucht, da ist vorhin zum Beispiel der große Wolf aufgetaucht. Ja, da, 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 da. Das haben wir hier grad mit Vanziten zu tun. Ich muss mir das Bessere werben zu machen, um das zu können. Oh, jetzt hab ich den Hasen. Das 4-2 brauchst du, Craps. Hey. Du da. Komm her. Oh, der Wolf. Den hat noch keiner gelootet. Das ist ja geil. Gut gemacht und nicht besser. Ja, wahrscheinlich nicht looten können. Oder nicht gebraucht. Aber wahrscheinlich nicht looten können. Ja, da sind halt auch alle scharf drauf, ne? Gerade in der Region hier. Das ist klar, da geht jeder drauf. Äh, ist Julia schon noch nach näher? Ähm, ich fetz gerade. Ich seh dich, glaub ich, nicht. Ah ja, da oben seid ihr ja alles. Lager, ich kann machen. Ein Tier 1 Hammer braucht keiner, ne? Logischerweise. Nein, nein. Ach ja. Sag mal, wie geht man ja auch? Das ist wirklich so aktiv. Aber na ja, was soll's. Wir sind ja schon wieder fast auf dem... Wir sind schon wieder auf dem Punkt, oder? Oh Gott, mir fehlen die ganzen Werkzeuge noch nicht. Ah, okay. Ja, ist ärgerlich. Absolut keine Wünsche. Oh! Oh, ging Black-Style. Nimmst du den anderen? Jo. Oh, ja. Oh, da ist schon. Okay, aber noch. Was fetzt. Da, Mann. Die Kulte gehört, ja. Wir sind eigentlich recht easy. Du bist easy, ja. Hm, ich geh mal nicht weiter. Wollen wir mal noch ein Vorteil, wenn man hier dabei hat? Ich geh mal eine Stadt weiter. Was sagst du? Was ist das für ein Vorteil? Das sind wir auch von Vorteil, wenn man hier dabei hat. Ja, das stimmt. Wollen wir mal bitte? Danke. So, ich geh jetzt mal ins Dorf zurück. So, annähernd zumindest schon mal. Du bist ganz schön stark. Träuchte. Meine... Meine Culldowns sind halt extrem hoch. Hm. Habe ich den Hasen umgebracht, wie nah? Ah, ich habe den Hasen umgebracht, wie nah? Ah, Entschuldigung. Naja, kein Schlecht. Erwartet mich nicht mehr. Man, da ist eigentlich hier zwei, ne? Das ist eigentlich hier zwei, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Probleme. Da. Hm. So, hier ist ein Fluss. Ich komme hier über den Fluss drüber. Ja, hier unten kommst du drüber. Du bist vorbeigelaufen. Na ja, über die Schlecht. Na. Gut. Hm, 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 hm. Ja, ist eine Ossentierung. So, den haben wir aufgeloadet. Bin aber ehrlich gesagt, er sagt auch ganz froh, wenn ich dann jetzt mal aufhören kann. Was, zum Aufnehmen oder was? Ja, zumindest bei dem Spiel. Ich muss noch ein paar andere Sachen auch noch aufnehmen. Oh. Aber es macht schon tierisch Spaß. Finde ich auch. Das ist dieses typische MMO-Suchtfaktor, ja. ich glaube da werde ich offscreen immer wieder mal abends ein bisschen spielen ich würde das wirtschaftssystem hier mehr interessieren wenn es dann mal ausgekühlt wird ist immer das interessante selbst bei wo das wirtschaftssystem da gibt es ein wirtschaftssystem in den auktionen gibt es ja wirklich leute die die machen nichts anderes die ganzen tag vor den auktionshaus mit diversen addons und checken da preise hoch und runter und verdienen damit ihr wird ja das kreis das habe ich immer gehasst die spielzahl als wirtschaftssimulation auch keine ahnung wie lange hat er immer nachts an dem pc laufen lassen um alles in einem kleinen markt zu verkaufen weil du konntest ja wenn du offline war es konntest ja nicht verkaufen und gott das habe ich so genervt ich bin immer zu den mpc sind gegangen hat einfach alles dort verkauft die schnellere variante das ist jetzt aus hier was ist denn das wo habe ich jetzt etwa nehmen moment tier 4 baum wollte so ein gebiet weiter tennens helfen oder noch weiter und jetzt wenn man nach links gegangen quasi von der stadt aus gesehen dann berg loch kriegen oder was moment muss ja gerade mal den luten ich bin anders aber hier uhr fack ist nur skelette also ist übelst krass magt jetzt mal an sicher dass du nach links gegangen bist na zweimal nordwesten hier drei klack moore brak wo ist denn nicht nett aus hier sind nur skelette übel was hier los ist reise sind aber schon auch netten da musste schon sammeln dass das zusammenkommt was du brauchst toller die waldfee bei den skeletten da sind gerade weil ich nicht fünf oder sechs stück auf mich losgegangen das ist heftig also ich hoffe ich kriege jetzt mein zeug wieder brauchst du hilfe mal gucken ob ich so hinkomme wie viel ich da noch braucht wir kann ich ja gar nicht erkämpfen leute glaube ja bist du denn wie gesagt moment ich bin in handelskopf also zweimal den linken ausgang nehmen zweimal den nordwestlichen kurz schauen was ihren reit hier kostet was kann man ja in drei drei stufe games zehn drei stufe wolle 20 drei stufe leder und dann noch 872 silber ja schön wenn man es halt irgendwie für gold noch kaufen könnte wir können halt jetzt im moment mit unserer währung nicht so viel anfangen muss ich sagen kann irgendjemand in die richtung gekommen oder das erst wenn die besitzen bei dir das ist ein wolf ich will den wolf erst kurz gehen du bist im nordwesten rausgegangen warte mal kurz bin grad an der leiche ist schon da und gerade an meiner leiche das muss man alles einzeln rausziehen wenn die mich verarschen ja voll fies moment hochkonzentration ich komme ich komme auch für so auch in die richtung zu kommen die zeit dann von neun los wenigstens nee aber du hast jetzt da zwei leichen quasi liegen na gut die eine hatte ich komplett leer und um du hast du hast you don't have n so war doch ich hab für mich ist er denn ab und so ja muss aber aufpassen muss jetzt in der erste zeit viel weniger schaden wenn du fliehst ja aber ich ist ja schon vorbei wieder ja nee du hast aber in die bar ich sehe da läuft ja noch eine schöne weile ok auch doof naja egal so wo ist er denn da liebe mecki ach come on doch warte du bist vor mir nee doch warte warte stopp 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 hier hinter dir ja da bist du bist aufpassen ja ganz kurz warte mein buch ist nicht angelegt jetzt ist mein buch angelegt ich bin da kaputt machen kannst ja das ist fest links runter ok er ist braun also nach süden runter ja ich sehe euch ja komm Moment aber ich finde den eingang nicht wo ist der eingang einfach darunter laufen einfach darunter laufen ich muss irgendwo meine leiche liegen hier ja hier liegt eine leiche hier ist nicht mehr siehst du sie auf der karte nicht doch doch hier muss sie liegen hier vorne irgendwo da kriegt mich an da kriegt mich an da kriegt mich an da ist ein wolf ja hab ihn ja Moment erst anklicken können ja jetzt war jetzt 1990 oh gerne wundern wenn hier immer mal das wieder angeht ich darf nicht die neuen auf dem numepad nutzen findest du sie nicht ähm du musst irgendwo hier liegen vielleicht mal die bäume weghacken refresh hast du denn als letztes abgebaut als du gestorben bist ja äh abgebaut hab ich nix so hier liegt ne leiche ja aber das ist die erste ne so gut du kannst in der karte reinzoomen vielleicht hilft dir das ne hab ich schon aber warte mal was liegt hier das ist warte mal das ist die ne aber das ist glaube ich die erste ja die ist leer ja das kommt da ist fast nix mehr drin achso ne warte mal ich bin dann eigentlich nach ach da oben ist die zweite hab sie oh fuck oh ja da sind zwei da sind zwei skelette Juhlchen hm schon gesehen ist das dein zeug hier hm aber es ist fuck ganz viel trash komplette rüstung ist trash trash ist war ja wegschmeißen ne ja ich hab zwar mein pferd mal aufgehoben weil es doch irgendwo eine möglichkeit gibt aber ich wisse sie nicht hier gibt noch ne leiche ist das vielleicht auch deine hm eigentlich nicht wo kannst du die looten ja sechs minuten dauert das noch bis man die looten kann also sagt er mir halt zumindest moment ich frage mal ne das ist ein anderer ok hm meine gesamte warte mal die rüstung ja jetzt sägst aber gerade ich würde jetzt lieber gerne eine savezone irgendwo zurück bewegen ja weil die folge jetzt nämlich schon sein ende nimmt ja wir sind eigentlich schon drüber aber auch die reihtiere können wirklich kaputt gehen weil wenn ich gerade mal hier gucke der ochse hat 100 punkte 100 schadens also 100 lebenspunkte und die gehen auch weg ja geht schon ganz schön viel in die bezahlstufe das ganze muss ich sagen finde ich zumindest naja gut aber es ändert nichts daran dass es tierisch spaß macht auf jeden fall man wird ja nicht gezwungen eben man braucht nur sehr viel geduld na gut und dann würde ich sagen sind wir durch oder ja genau holy moly na dann René na dann würde ich sagen was erstmal für die Part und für die Session man dankt euch fürs Zuschauen danke an Sandbox Interactive dass wir das spielen durften und für ihre Unterstützung und wir sind damit dann dementsprechend raus tschüss tschau tschüss 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 tschüss